Und ich habe von einer jungen Dame, die ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, gehört, dass ihr einziger Wunsch war, eine Konzertkarte von meinem Konzert sich zu wünschen. Das ist Oma Marianne. Da oben. Oma Marianne, ich sing. Lauf mal ganz kurz hier schon ran, ja. Ich möchte einmal, dass wir Oma Marianne hier auf dem Kühlschrank singen. Ich glaube, die Zeit muss sein. Ich laufe nochmal ganz kurz hier. Oma Marianne, wo war das zweite Rande oben? Na, ich komme da rum. Es ist auf gar kein Problem. So. Ja. Das geht so. Ich bin am Jungen. Meine Mama ist die Freundin von ihr, der nicht die von der Fußfliege. Die Erdung ist klein. Meine Damen und Herren, das ist Oma Marianne. Groot. Das waren sehr gutes Geburtstag. Das year. Vielen Dank.